Okay, wir können mit Elden nix machen. Leider. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Oh mein Gott. Mega krass. Oh, die Sicht ist mies. So schwer mit der Peilung. Aiden können wir hier nicht tun übrigens. Wir machen das hier echt gut. Ähm, boah, rückwärts gibt es doch nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was wir hier machen und wo wir hier lang können. Okay, drehen um, da draußen ist nichts. Aber wo sollen wir denn hin drehen? Also wir gehen jetzt hier irgendwie den Weg lang. Okay, wir sind anscheinend komplett umsonst hier die ganze Strecke abgefahren. Schade. Schade. Okay, drehen um, da draußen ist nichts. Hä? Das sagt er jedes Mal. Egal wo ich hinfahre. Okay. Nee, drehen um, da draußen ist nix. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es kommt rein. Achso, wir können wieder rausgehen. Dann gucken wir noch mal, wo wir jetzt hingingen. Oh jeee. Jungs. Ich weiß nicht, Schatz. Den können wir nehmen. Was war denn jetzt los? Wir waren zu langsam. Jody, Jody, was ist denn los? Ich kann irgendwie mal gucken, ob mein Discord, ob da irgendwas komisch ist. Ich hab da ein ganz komisches Symbol irgendwie dran. Ich weiß auch nicht warum. Was geht aber? Okay, wir sind einen. Tatsache, sind wir einen. Können wir den was machen? Nee. Oh Gott, jetzt ist die Störung wieder so blöd. Und weg mit ihm. Hier wird es unklar. Und wo sind wir jetzt mit Eiden? Ich finde hier gar nichts mehr. Okay, da raus. Wo ist jetzt... Wo ist jetzt Jodie? Wir müssen gucken, mir mit Eiden wieder zu Jodie zu finden. Und ich weiß auch nicht, wo sie sein soll. Wir gucken natürlich wieder Fußball. Da ist wieder die Tür. Wir müssen den Strom links abschalten. Und dann, ich muss irgendwann die Scotch stumm schalten. Ich weiß auch gerade nicht wie. Scheiße. Ähm. Moment. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss gleich mal gucken. So. Hier haben wir den Strom auf jeden Fall. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwas kaputt machen können. Da ist die Türe. Da können wir nichts machen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Stromgabe hier auslöschen. Da haben wir es doch jetzt. Da haben wir es doch jetzt. Das hat nicht gut geklappt. Das hat nicht gut geklappt. Das hat nicht gut geklappt. Hm. Und dann machen. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Was können wir denn jetzt machen hier? Wo ist der Typ hin? Also wir müssen gucken, dass wir da das Stromkabel weg machen. Die Frage ist nur, wie und wo ist jetzt der dritte Typ hin? Das ist jetzt ein bisschen. Das war's. Ich habe das Valley. Wir haben hier einen Weg. Aber wir müssen das Ding hin. DieseID Interessoren – 연령 zu den Aufrund. Die Vorbereitung ist doch gut. Die Frau mitgeben. Die Vorbereitung ist doch recht wichtig. Die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist so groß. Hier war der andere Raum. Und hier irgendwas kaputt machen. Ja, aber wo? Ich habe hier keinen blauen Punkt irgendwo. Ich komme hier nicht weiter. Also, wenn es irgendwer eine Idee hat, darf man bitte auch die Idee nennen. Bei welchem PC hier? Hier kann ich nichts machen. Ich sehe ja nirgendwo einen Punkt, wo ich irgendwas machen kann. Das ist doch doof, der ist scheiße. Ich finde nichts. Wir hätten vielleicht mit dem anderen Typen hier reingehen sollen, Waffen holen sollen und dann schießen sollen. Aber die Frage ist, wo ist der Typ jetzt hin? Wo ist der dritte Typ hin, den wir, äh, der abgehauen ist? Da sind nun die beiden, die kriegen wir auch nicht. Hier sind wir zu weit weg. Da sind wir wieder davor. Das ist wieder der PC-Raum hier. Aber wo ist der dritte Typ, der eben, den wir genommen haben, der denn weggelaufen ist? Wo ist der hin? Da sind wir wieder bei dem, äh, Strom, den wir ausschalten müssen. Was haben wir hier noch? Also, da ist A. Da, guck mal, da ist einer. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Okay. 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 Puh, dann gehen wir mal rein und, äh, guck mal, was denn da so abgeht. Aiden? Ich finde hier gar nichts mehr. Was ist denn hier jetzt los? Oh mein Gott. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Und nochmal. Komm, jetzt sind wir mit vollem Da. Ich muss erst Ryan. Ryan? Ryan, bist du da? Heilen wir den mal? So. Und der Typ hat es ja nicht verdient, ne? Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Komm noch. Kannst du laufen? Ja, ja, alles klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. War das der Verhörraum? Anscheinend nicht. Und weg mit ihm. Äh, irgendwo... Jetzt geht's. Oh je, das gibt ja wieder was. Ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Sind wir hier richtig? Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Doch da. Können wir durchgucken. Woher kommen wir denn jetzt hin? Das finde ich gerade ein bisschen doof, weil ich keine Ahnung, wo wir hin müssen, ob wir hier richtig sind. Falsch sind wir auch immer. Wir haben hier nichts, was wir machen können. Ich kann ja nicht irgendwo was machen gerade, Oliver. Das ist mein Problem. Ich guck ja schon überall. Aber ich kann hier nirgendwo groß was machen. Auch nicht klein was machen. Da bin ich doch hergekommen. Mal gucken, was das hier jetzt ist. Okay, da waren wir glaube ich noch nicht. Okay, da können wir auch nicht schlagen. So, die andere Seite jetzt nochmal gucken. Das ist wieder ein fair höherer Raum. Das war der Raum, das ist alles nix. Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Also wir sollen den Tanken und irgendwas sprengen, aber was denn bitte? Da sind wir zurück. Also Leute, ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Im Prinzip können wir nur da gerade... Ist denn hier irgendwas? Können wir hier runter gehen ins Wasser oder was? Ich weiß es nicht. Also Leute. Aber wie soll ich denn ins Wasser gehen? Das geht ja eben nicht. Oder mit Eiden? Ich kann nicht ins Wasser gehen. Ja, Oliver, würde ich gerne machen. Wie gesagt, ich hab nirgendwo irgendwas, was ich... Ihr habt ja gesehen. Ich war jetzt in jedem Raum. Ich kann nix machen. Ich kann einfach nirgendwo was machen. Warte mal, wir haben hier ein... Oh. Okay, ich nehm alles zurück. Okay. 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 Das ist pechschwarz. Und dem Ding muss es doch Licht geben. Hmm. Damalig. Oh, ich bleib meiden. Das ist irgendein Anzug, der ist doch dahinter dran. Das ist, das ist okay. Nein, Alter. Nein, Alter. Man darf uns nicht bemerken. Nein, Alter. Das ist egal. Oh, ich weiß nicht. Okay. Bei der 3 haben wir was drangehauen? Ist das jetzt auch die 3 oder was ist das jetzt? Äh und der Wasserbomben gibt es doch aber. Gut 3 Minuten, nichts wie weg. Weiß nur wohin weg. Zurück oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du stirbst heute hier mit mir. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals geschehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Mistzück. Scheiße, verpasst. Oh, oh, oh. Eier tat das weh. Und da haben wir mal getroffen. Aua. Ich krieg das nicht hin. Das ist nicht gut, was ich da gemacht habe. Oh, wir wurden doch gerettet. Wir wurden doch gerettet. Komm jetzt. Zerstör alles. Fass. Was? Fass. 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 Komm schon, Jodie. Komm wieder zu dir. Komm schon. Komm schon, Jodie, wach auf, ja, wach auf, wach auf, komm schon, wach schon, wach Oh, sorry Haben wir jetzt überlebt oder haben wir es geschafft zu sterben? Hallo Lady Ultramorph, sind wir jetzt echt gestorben? Da, da drüben Das war die Drachenhöhle Das ist doch scheiße, sorry, ich wollte gerade nur was machen Ja, wir haben ganz, ganz viel nicht geschafft, weil wir anscheinend tot sind Wenn wir Pech haben, sind wir tot Wenn wir Pech haben, sind wir tot Schade, das war eine, ja, schwere Mission und, äh, wir haben es nicht gut angestellt Wir haben es echt nicht gut angestellt Ach ja Schade Ich bin echt gespannt, ob wir tot sind Wir haben es nicht gut angestellt, sondern 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 wir haben es nicht mehr 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 angestellt, sondern wir haben es